Da wollen wir doch mal sehen, wer der Gegner von Norman Harris in diesem Match ist. Es wird wieder spannend, die Lotterie! Absolut! Annie ist zurück! Und die Turbinehalle rastet aus! Der Wetterer! Der Herausforderer auf die WXW Shotgun Championship kommt aus Nürnberg, Deutschland. Ist 1,91 Meter groß, 127 Kilogramm schwer. Hier ist der Adler der WXW. Mr. 100%, die Rohzange aus Wracken, der Veteran. Hier ist Absolut Annie! Denn ich kann es nicht glauben! Absolut Annie ist zurück in der WXW! Er ist, er ist, er ist der Losterieber! Er ist der Davor-Fontentor heute Abend auf die Shotgun Championship! Das ist nicht zu glauben! Hätte ich einen Hut, ich würde ihn nicht nur ziehen vor diesem Mann, sondern in die Luft werfen! Er ist da und er kann heute unser Highland sein gegen Norman Harris! Absolut Annie! Standing Ovations hier in Oberhausen! Ich kann es nicht glauben, ich habe Gänsehaut! Dass ich das nochmal sehen kann! Das ist ja völlig zu Recht hier! Von den Massen von über 500 Zuschauern! Aber Norman Harris, der wartet nicht! Vielleicht nehmen wir es noch einen schönen Tag!